Hadrian V.I. mit bürgerlichem Namen Adrian Flores Sohnbüeins bzw. Adrian Flores de Ledel In damaliger Schreibweise Adrian Flores Sohnbüeins im Deutschen auch unter dem Namen Adrian von Utrecht bekannt war von 1522 bis 1523 Papst. Herkunft Hadrian wurde als Sohn des Schiffszimmermanns Flores Böeins Sohn Dedel und dessen Ehefrau Gertruid im Hause seines Großvaters Budewein in der Udelgracht, Ecke Brandstrat in Utrecht geboren. Der Name von Hadrians Großvater väterlicherseits ist als Budewein Janzs, bekannt die Abkürzung Janzs, deutet auf Jans Sohn hin. Dieser wird auch Budewein de Ledel oder Dedel genannt, womit eine Nähe zur adeligen und vornehmen Familie Dedel zu konstruieren war. Das päpstliche Wappen ist demgemäß ähnlich dem der Familie Dedel. Der Familienname Böeins ist seinerseits ein Patronym zu Budewein, also dem Großvater, Ausbildung. Im Alter von zehn Jahren gab ihn seine Mutter nach dem Tod des Vaters zu den Brüdern vom gemeinsamen Leben in Zwolle, wo er eine solide wissenschaftliche Grundausbildung erhielt. Auch seine Spiritualität wurde hier nachhaltig von der Devotion moderna geprägt. Ab 1476 studierte er an der Artesfakultät in Löwenphilosophie, worin er 1478 einen Magister erwarb. Im gleichen Jahr noch begann er das Studium der Theologie und des Kirchenrechtes, dem er sich zehn Jahre lang widmete. Nachdem er am 1. August 1490 ein Lizenziat in Theologie erhalten hatte, folgte am 8. Juni 1491 sein Doktorat in Theologie. In seinen Studien befasste sich Adrian besonders mit den Scholastikern wie Thomas von Akin. Auch für Mathematik hatte er ein Interesse, wo gegen ihn humanistische Bestrebungen und die Dichtkunst weniger berührten. Kirchliche und politische Karriere Nachdem er am 30. Juni 1490 in Löwen die Priesterweihe empfangen hatte, lehrte er ab 1493 als Professor an der Universität von Löwen Theologie. Bereits seit 1488 hatte er auch Vorlesungen in Philosophie gehalten. Er war ein berühmter Lehrer, den auch Erasmus von Rotterdam hörte. Von 1493 bis 1501 war er Kanzler der Universität sowie von 1493 bis 1494 und von 1501 bis 1502 deren Rektor. Neben seiner Lehrtätigkeit war Adrian auch als Prediger tätig, wobei er allerdings als trockener Redner galt. Als Theologe verfasste er Werke zu verschiedenen theologischen Problembereichen, so zur Sakramententheologie und zu dogmatischen und ethischen Fragestellungen. Darüber hinaus errichtete er in Löwen eine Burse für Theologiestudenten. Bereits seit 1490 Pfarrer des großen Beginenhofs in Löwen im Herzogtum Brabant, was er auch noch als Papst bleiben sollte, war er zudem Pfarrer von Göderede und ab 1497 Lekan der Stiftskirche St. Pierre in Löwen. Hinzu kam noch das Amt des Propstes in Utrecht und Lüttich und je ein Kanonikat in Antwerpen und Anderlecht. Als Ratgeber und Gutachter war Adrian weithin geschätzt und galt geradezu als das Orakel der Niederlande. So zog ihn dann auch Margarete von Österreich als Berater an ihren Hof. 1507 bestellte ihn Kaiser Maximilian zum Lehrer seines Enkels, des späteren Kaisers Karl V., um diesen in den klassischen Sprachen zu unterrichten. So gewann Adrian einen einflussreichen Zugang zum Herrschergeschlecht. 1509 gab er seine akademischen Ämter zugunsten seiner Tätigkeit am Hofe endgültig auf. Als Lehrer soll er zwar gütig und wohlwollend, aber auch pedantisch gewesen sein. 1516 wurde Adrian nach Spanien geschickt, um den Herrschaftsantritt des jungen Königs Karl vorzubereiten. Am 18. August 1516 wurde er zum Bischof von Tortosa ernannt. Er erhielt noch 1516 die Bischofsweihe durch Diego de Ribera, den Bischof von Segovia. Seit November 1516 Generalinquisitor für Aragonien und Navarra wurde er 1518 auch Generalinquisitor für Lyon und in Kastilien. Doch war er nicht nur Inquisitor für ganz Spanien, sondern auch Gouverneur des Königs für die Provinzen Kastila und Lyon. Zudem war er zusammen mit Kardinal González Cheministe Cisneros als Stadthalter für den abwesenden König tätig. Nach Cisneros Tod war er dann alleiniger Stadthalter. In seiner Aufgabe als Stadthalter war Adrian nicht nur gewissenhaft und pedantisch, sondern in seiner Art auch ungeschickt. So konnte er 1520 nicht den Ausbruch des Gomoneros Aufstands verhindern, den die Truppen Karls erst nach harten Kämpfen niederwerfen konnten. Als Geistlicher war Adrian hochgeachtet, am 1. Juli 1517 erhob ihn Papst Leo X. zum Kardinal und machte ihn am 16. Juli 1517 zum Kardinalpriester der Titelkirche SS, Giovanni e Paolo, Pontifikat. Am 9. Januar 1522 nach dem Tod von Papst Leo X. wurde Adrian zu dessen Nachfolger gewählt. Nachdem die Wahl des erklärten Frankreich-Gegners Kardinal Chine am Widerstand der französischen Kardinäle gescheitert war. Er war ein Kompromisskandidat, da die Interessen von Kaiser Karl V. und Franz I. von Frankreich nicht zu vereinen waren. Karl V. wollte eigentlich nicht ihn, sondern Giulio de' Medici. Heinrich VIII. versuchte Kardinal Wolci durchzusetzen. Schließlich wurde Adrian Floren S. Z. von Giulio de' Medici selbst als Konsenskandidat vorgeschlagen. Die Wahl eines Nicht-Italieners stieß in Rom auf deutlich geäußerte Ablehnung, die sich unter anderem in vielen Spottgedichten dokumentierte, die am sogenannten Passkino angeheftet wurden. Übersetzung Der Deutschen Wut ausgeliefert hast Wieso bricht dir nicht vor Schmerz das Herz? Drei Kardinäle überbrachten ihm, der nicht am Konklave teilgenommen hatte, die Nachricht von seiner Wahl, die er am 8. März 1522 annahm. Nachdem er am 25. August 1522 in Civita Vecchia an Land gegangen war, fand seine Krönung am 31. August 1522 statt. Kardinal Marco Conaro als amtierender Kardinal Protodiakon setzte ihm die Tiara auf. Als Papstnamen behielt er seinen Taufnamen bei. Das tat nach ihm lediglich noch Papst Marcellus II. Durch sein Bestreben von der verschwenderischen Hofhaltung der Renaissance-Pepste Abstand zu nehmen, rief Hadrian V.I., schon bald die Kritik und den Widerstand der von den früheren Verhältnissen begünstigten Kleriker und Künstler hervor. Unbestritten aber für seine Gegner auch provozierend waren sein persönlich integrer Lebenswandel, seine tiefe Gelehrsamkeit und Frömmigkeit. Hadrian V.I. sah sich von Anfang seines Pontifikats an mit den allergrößten Problemen konfrontiert. Zu allererst hatte er auf die beginnende lutherische Reformation im Heiligen Römischen Reich zu reagieren. Hadrian bemühte sich eine Kirchenspaltung zu verhindern, dafür wollte er auch Erasmus von Rotterdam gewinnen und lud ihn nach Rom ein. Mit einer durchgreifenden Reform der Kirche versuchte er, die Auswirkungen der Reformation aufzuhalten. Unter anderem schränkte Hadrian den Luxus der päpstlichen Hofhaltung ein, ebenso die Gewährung von Ablässen und Frönten. Die Risse waren jedoch bereits zu groß und eine Umsetzung des Wormser-Edikts war nicht mehr möglich, da der Reichstag in Nürnberg, der von 1522 bis 1523 tagte, die Entscheidung verschob. Gleichwohl bemerkenswert bleibt das Schuldbekenntnis, das Hadrian am 3. Januar 1523 durch seinen Legaten auf dem Reichstag verlesen ließ. Gott lasse diese Wirren geschehen wegen der Menschen und sonderlich der Priester und Prelaten sünden. Ein weiteres drängendes Problem, mit dem sich der neue Papst beschäftigen musste, waren die Türkenkriege, besonders infolge der Belagerung von Rodos. Nach der Eroberung der Insel durch die Osmanen unter Süleymanie, musste der Johanniterorden seinen Sitz Rodos aufgeben und zuerst nach Krita und dann weit nach Westen zurückweichen, wo er um 1530 Malta zum neuen Hauptsitz ausbaute. Auch der Konflikt zwischen dem Kaiserhaus der Habsburger und der französischen Krone erwies sich als ein nicht lösbares Problem. Das Reich und Frankreich kämpften um die Hegemonie im westlichen Europa, wobei vor allem die kriegerischen Auseinandersetzungen in Italien an Schärfe zunahmen. Der Papst nahm innerhalb seines kurzen Pontifikates lediglich die Erhebung eines einzigen Kardinals vor. Dies geschah am 10. September 1523. Bei dem Erwählten handelte es sich um Wilhelm III. von Enkenwurt, den Bischof von Utrecht, der Heimat des Papstes, siehe auch, tot. Nach kurzer Amtszeit verstarb der Papst im Spätsommer 1523. Hermann Schreiber kommt in seinem Buch Geschichte der Päpste zu dem Schluss, dass Hadrian VI. wohl vergiftet wurde. Das Lexikon der Heiligen und Päpste geht jedoch von einem nicht unwahrscheinlichen Fiebertod aus, da in den damals noch nicht trockengelegten Sümpfen rund um den Vatikan Stechmücken zur Plage wurden. Er wurde zunächst im Petersdom, später in der Kirche der deutschsprachigen katholischen Gemeinde Santa Maria dell'Anima in Rom beigesetzt. Die Kirche geht auf eine Hospizstiftung des Ehepaars Petri aus dem holländischen Dordrecht im 14. Jahrhundert zurück. Sein Freund Wilhelm von Enkenwurt ließ ihm ein kostbares Grabmal errichten, dessen viel zitierter, auf Hadrian selbst zurückgehender Denkspruch das Wirken dieses Papstes, der trotz besten Bemühens an den übermächtigen Zeitumständen scheiterte, zutreffend benennt. Pro dolor, quantum referred in quetempora vel optimicus giusquitus in sedat. Hadrian war der letzte Papst aus dem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Er ist der bislang einzige Papst aus den heutigen Niederlanden und bis zur Wahl von Papst Johannes Paul II. Im Jahr 1978 der letzte nicht italienische Papst, die Bruderschaft von Santa Maria dell'Anima kündigte am 17. November 2010 im Anschluss an ein Symposium über Papst Hadrian VI. an, das sie beabsichtige für ihn das Seligsprechungsverfahren zu beantragen.